Hallo und herzlich Willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich Willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Es ist die vierte Folge innerhalb dieser Woche mit dem Power Input für dich, für die Mehrsprachigkeit in deiner Familie. Und heute geht es um ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt und auch extrem viel Spaß macht. Es ist der Game Changer im mehrsprachigen Familienleben, nämlich dein mehrsprachiges Mindset oder deine Haltung. Es ist mit Abstand das Wichtigste, das ich in den letzten drei Jahren über mehrsprachiges Familienleben gelernt habe. Mit der richtigen Haltung der Eltern kann sich binnen weniger Wochen alles ändern. Was meine ich mit der richtigen Haltung? Stell dir mal Folgendes vor. Du kochst ein dreigängiges Menü. Alle Gäste sind super glücklich und loben deine Kochkünste. Die Teller werden leer gegessen und es wird um Nachschlag gebeten. Das Auberginenpüree hatte genau den richtigen rauchigen Geschmack. Die gefüllten Zucchini waren nicht zu weich und nicht zu fest, sondern genau richtig. Und das Schokomuss war herrlich cremig. Nicht zu süß und nicht zu herb. Und alle haben sich richtig wohl gefühlt. Sie haben viel gegessen, getrunken, geplaudert und sind bis in die frühen Morgenstunden am Tisch sitzen geblieben. Herrlich, oder? Echt ein Grund zu feiern. Dich selbst zu feiern. Nur für dich nicht so wirklich. Das Salatdressing war nämlich zu ölig, das selbstgebackene Brot eine Spur zu braun. Und bei der Nachspeise hast du völlig vergessen, das extra dafür eingekaufte vegane Schlagobers dazu anzubieten. Und das sind genau die drei Dinge, die dir sofort in den Kopf schießen, wenn du an dieses Essen denkst. Es ist völlig menschlich. Läuft etwas nicht zu 100% so, wie wir uns das in den Kopf gesetzt haben oder wie wir uns das ausgemalt haben, dann fokussieren wir uns oft genau auf das, was eben nicht läuft. Wir schauen auf all das, was wir gerne hätten und nicht haben, anstatt all das zu sehen, was bereits da ist. Dein Kind versteht dich zwar, aber antwortet dir nie auf Deutsch. Das stimmt sicher etwas nicht. Du bist heute wieder nicht zu 100% in deiner Sprache geblieben? Das kann so sicher nicht gut gehen. Dein Kind kann noch immer nicht alle Vergangenheitsformen richtig bilden? Das wird's wahrscheinlich nie lernen. Die Krux an der Geschichte? Je mehr du auf all diese Dinge achtest, desto größer werden sie. Und desto größer wird bei dir der Frust. Du beginnst dir so lange vorzusagen, dass das mit der Mehrsprachigkeit mit euch sowieso nicht klappt, dass das nie werden wird, bis du es selbst glaubst. Im schlimmsten Fall gibst du auf. Die Sache ist nur die, es geht dabei nicht nur um dich, sondern auch um dein Kind. Und ich sage immer wieder, unsere Kinder sind Seismografen. Die spüren ganz genau, wenn du ungeduldig und unzufrieden wirst, wenn du mehr von ihnen erwartest, als sie bereit sind zu geben oder als sie in der Lage sind zu geben. Und das verleidet ihnen die Freude an der Sprache. Nicht einmal unbedingt bewusst. Ganz im Gegenteil, ich bin mir sogar sehr sicher, dass sie das gar nicht benennen könnten. Aber es läuft im Hintergrund immer mit und macht die Mehrsprachigkeit insgesamt schwerer. Schlagwörter wie Fülle oder auch Abundance sind nicht umsonst so groß geworden in den letzten Jahren. Denn es macht tatsächlich einen Unterschied, wie wir die Welt rund um uns herum wahrnehmen. Wie Tony Robbins seit Jahrzehnten nicht müde wird zu sagen, where focus goes, energy flows. Das, worauf wir uns fokussieren, das wird auch in und um uns größer. Und nirgends, wirklich ganz, ganz ehrlich, nirgends, habe ich das so drastisch vor Augen geführt bekommen, wie in der Arbeit mit den Eltern, die zu Hause nicht die Ergebnisse in der Mehrsprachigkeit bekommen, die sie sich eigentlich wünschen. Was geschieht also, wenn Eltern es schaffen, ihre Haltung zu ändern? Da möchte ich dir heute Angela vorstellen. Angela, sie war übrigens auch zu Gast im Podcast. Du kannst dir ihre Geschichte aus ihrem eigenen Mund anhören. Angela hatte immer gedacht, das mit Deutsch, das wird schon irgendwie von selbst kommen. Sie müsste bloß mit den Kindern reden und dann wird das bestimmt. Ihre Realität sah nur ganz anders aus. Was Angelas größtes Problem war, dass ihre Kinder Deutsch einfach nicht sprechen wollten. Als ich Angela vor mittlerweile zwei Jahren fast kennengelernt habe, war sie gelinde gesagt not amused. Von Geburt an hatte sie in Madrid lebend mit ihren Kindern nur Deutsch gesprochen. Nur zurückgekommen ist so gut wie nichts. Sieben Jahre lang. Sieben Jahre. Alles von den Kindern auf Spanisch. Vielleicht mal hier ein Saft oder dort ein Nein, was auch sonst. Aber viel mehr war nicht drin. Angela hatte eigentlich die Hoffnung schon fast aufgegeben, als sie zu mir kam. Und auch wenn Angela glaubte, dass das eigentliche Problem war, dass ihre Kinder nicht auf Deutsch antworten würden, stellte sich heraus, was die tatsächliche Herausforderung war. Nämlich ihre Haltung dem fehlenden Fortschritt gegenüber und damit auch die Rolle, die Deutsch in ihrem Leben in Madrid spielte. Deutsch lief nebenher. Es war zwar selbstverständlicher Teil des Alltags, aber es gab keine besonderen Aktivitäten mehr, die die Sprache zusätzlich unterstützten. Keine verbindenden Momente, keinen Fokus mehr darauf. Und noch viel, viel wichtiger. Angela hatte sich über die Jahre immer mehr darauf konzentriert, was die Mädchen alles nicht machten und nicht konnten. Völlig verständlich, nur die Stimmung, die litt darunter. Und die Kinder, die spürten das. Und die Motivation, Deutsch zu sprechen, hatte eigentlich gar keine Chance mehr. Angela hat sich dann entschieden, im Multilingual Booster Club das Ruder zu wenden. Sie war 100% committed und all in. Und dann passierte das fast Unglaubliche. Nach zwei Wochen, zwei Wochen nur, hat ihr ihre sechsjährige Tochter ein Spiel auf Deutsch erklärt. Und nach drei Wochen kam der erste Satz ihrer älteren, ihrer siebenjährigen Tochter. Nach insgesamt sieben ganzen Jahren, mit wenig bis gar keinem deutschen Output, änderte sich alles innerhalb von zwei, drei Wochen. Mittlerweile sprechen beide Mädchen viel und gerne Deutsch. Sie waren in zwei Sommercamps in Österreich und konnten sich problemlos verständigen. Aber was hat Angela jetzt eigentlich gemacht, dass das so schnell ging, nach so langer Durststrecke? Durststrecke. Sie hatte eine Entscheidung getroffen. Sie hat mir vertraut und vor allem, sie hat ihren Fokus verändert. Sie hat begonnen zu sehen, was die Mädchen bereits alles können und hat darauf aufgebaut. Success builds on success. Angela hat sich mit allen Komponenten des Multilingual Booster Clubs auseinandergesetzt und sich voll darauf eingelassen. Sie hat sich meine täglichen Inputs gelesen, sie hat sich in der Online-Community aktiv beteiligt, sie war in allen Gruppen-Calls und hat mit mir gemeinsam ihren Alltag nach zu ihr und ihren Kindern passenden Möglichkeiten durchforstet, Deutsch wieder aufzuwerten. Und sie ist in die sofortige Umsetzung gegangen. Commit. Act. Celebrate. Bist du bereit, diese Veränderung auch zu beginnen? Dann sei bei der nächsten Runde des Multilingual Booster Clubs dabei. Wir starten am 8. März. Und schon wenige Wochen später könntest auch du erleben, wie sich dein Kind sprachlich völlig neu entfaltet. In dem Raum, bei dem ich dich dabei unterstütze, dass du ihn für dein Kind öffnest. Sichere dir jetzt einen Platz. Die Plätze sind limitiert, damit ich sicherstellen kann, dass jeder auch wirklich die Betreuung bekommt, die er braucht, um die nächsten Schritte erfolgreich gehen zu können. Warte nicht länger. Wir starten bereits am Dienstag, den 8. März. Und ich freue mich riesig auf diese sensationelle Gruppe an Familien, die gemeinsam ihre Mehrsprachigkeit so richtig nach vorne boosten werden.